Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Skyrim. Der Radbildschirm ist hoffentlich gleich vorbei. Und es gibt Neuigkeiten. Heute ist der Tag. Heute ist es endlich, endlich, endlich soweit. Ich war zwischendurch fleißig, ich habe geschmiedet und ich habe aber festgestellt, es ging dann doch schneller als ich erwartet hatte. Und zwar habe ich für das Leveln, habe ich einfach hier häufig diese, ich zeige es mal ganz kurz, man kann es ganz kurz sehen, diese Vulkanglassachen benutzt. Also da braucht man Mondstein und Malachit veredelt und beides, beides veredelt. Das haben die häufig, kann man häufig kaufen. Nicht viel, aber so vier und aus vier kriegt man zwei Streitext und zwei Streitext, da haben wir einen Wert von 900, ja, wenn du dir das anguckst beim Schmuck. Da hat hier so eine Juwelenhaltskette, hat 485, die hat mal 550, hier der Diamantring hat dann mal 900, ja. Also das heißt, da kommt man schon deutlich schneller voran eigentlich, als wenn man die ganze Zeit auf Schmuck geht. Habe ich leider zu spät erkannt, hätte ich wahrscheinlich einiges abkürzen können, mein ganzes Vorhaben. Aber nun ist das halt nun mal so gekommen und wie ihr unten rechts sehen könnt, wir sind kurz davor die Stufe 100 zu erreichen. Da habe ich mal Pause gemacht und gedacht, das machen wir jetzt mal zusammen. Und dann können wir das ganze Vorhaben schmieden, Rüstung, verzaubern, Rüstung, beste Rüstung ever haben und dann die Perks freigeben durch das Legendärmachen der, ähm, der beiden, äh, Skills, ähm, können wir das mal zusammen machen. So, ich habe noch zwei Silberbarren, die verschmiede ich gerade mal. Hier den Amethystring, jup, und noch ein Amethystring, jup. Schmiedekunst verbessert auf 100 Stufenfortschritt, neue Stufe. Dann würde ich sagen, dann machen wir das doch mal direkt. Und hier gehen wir auf Magiker, jup, hier gehen wir auf Magiker. Und dann gehen wir natürlich hier auf die Schmiedekunst und holen uns unseren wohlverdienten Perk. Drachenrüstung. Wir haben übrigens dann noch ein Talent zu verbessern, das mache ich jetzt aber noch nicht, weil wir, wie gesagt, dann alles ja, ähm, legendär machen. Und da wird es ja noch jede Menge weitere Talente geben und das würde ich dann alles auf einmal verteilen. Dann weiß ich auch, wie viel ich habe insgesamt und kann so ein bisschen, kann so ein bisschen planen. Vielleicht machen wir das auch noch in dieser Folge, das schaue ich mal. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall den Perk. Und jetzt können wir auch, ich habe übrigens mal schon mal die ganzen Drachenschuppen und Drachen, äh, Knochen geholt. Ich bin, ähm, komplett überladen. Ich kann überhaupt nicht mehr laufen. Ähm, aber wir können jetzt schmieden. Und man sieht es, es gibt, die Drachenrüstung gibt es einmal in der Ausführung schwere Rüstung. Das sind dann die Drachenplattenrüstungsdinger. Und dann gibt es noch die Drachenschuppenrüstungsdinger. Das ist die Ausführung für die leichte Rüstung. Und von denen würde ich mir jetzt jeweils mal, ich würde mir mal zwei machen und verbessern. Ähm, damit ich notfalls noch eine irgendwie auf Reserve habe, weil ich, wie gesagt, ja diese, diese Fähigkeiten dann wieder verlieren werde, wenn ich die legendär mache. Deswegen lieber mal auf Vorrat machen. Ich mache jetzt aber erstmal ein komplettes Set und verbessere das und gucke dann mal, ob ich noch genug von allem habe. Nicht, dass ich dann, äh, jetzt zwei mache und kann nicht mehr verbessern. Ne, das wäre ja auch blöd. Also, wir machen den Drachen-Schuppen-Brustpanzer. Wir machen den Drachen-Schuppen-Helm. Wir machen die Drachen-Schuppen-Panzer-Handschuhe. Wir machen das Drachen-Schuppenschild. Und die Drachen-Schuppen-Stiefel. Jawohl. Und damit gehen wir jetzt, da ist, ausgerechnet jetzt hängt die natürlich an der Werkbank rum. Gucken mal, ob ich wegschubsen kann, wenn ich hier draufklicke. Geh weg. Geh weg, habe ich gesagt. So. So fies bin ich nämlich. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Ja, 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 das stimmt. So, dann verbessern wir die natürlich alle auch gleich mal. Das, dafür braucht man Brach-Brach-Schuppen, das ist gut, da habe ich genug von. Das ist gut. Ich dachte, man bräuchte Eisen oder so, weil Eisen musste ich mir nämlich eben gerade noch kaufen. Ähm. Ich habe hier einige gute Ecke, wenn ihr etwas habt. Von 76 auf 113. Mega gut. Von 32 auf 50. Von 22 auf 41. Von 39 auf 52. Und von 22 auf 41. Sein Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Ja, ja, ist doch gut. So, und dann würde ich mir nochmal eine, wie gesagt, eine zweite Rüstung schmieden. Und auch gleich verbessern. Also nochmal den Panzer. Nochmal den Helm. Nochmal die Handschuhe. Nochmal den Schild. Nochmal die Stiefel. Jetzt habe ich ja noch fünf Eisenbarren. Ähm. Ja. So. Zack. So, jetzt haben wir nur noch 30. 33 Drangschuppen. Gut, dass wir die ganze Zeit gesammelt haben, ne? Gut, dass wir die ganze Zeit gesammelt haben. Was wir übrigens dann jetzt auch sein lassen können. Finde ich auch gut. Also höchstens, wir wollen das noch verkaufen. Aber ich glaube, ich habe auch genug Kohle. So. Dann wollen wir mal gucken. Wir haben jetzt noch, ähm. Ja, Drachenknochen natürlich. Jede Menge. Ähm. Dann würde ich gerade mal eine, eine, äh, schwere Rüstung machen. Eine schwere Rüstung. Und die auch nochmal verbessern. Jetzt hängt sie wieder da rum, oder was? Ne. Ist weg. Gut. Nur am besten spielt man hier nachts. Man seine Ruhe. Allerdings kann man dann auch keine, keine Rohstoffe kaufen. So, hier brauchen wir auch Drachenschuppen für. Das ist natürlich blöd. Da haben wir nur noch 20 von. Ähm. Das heißt, es wird dann an den Drachenschuppen scheitern demnächst. Ah, ne. Hier brauchen wir einen Drachenknochen teilweise. Interessant. Gut. Dann würde ich gerade nochmal eine zweite Rüstung machen. Dann haben wir zwei leichte und zwei schwere. Dann haben wir zwei leichte und zwei schwere. Jetzt haben wir nur noch vier Drachenschuppen. Haha. Jetzt sind wir echt fast am Ende, ne? Ja, cool. Das ist doch aber ganz nice. Ähm. Das wird es dann wirklich verbraucht haben alles. Ich hoffe, ich kann die jetzt gerade noch alle aufrüsten. Das wäre wundervoll. Und dann haben wir von beiden zwei. Das ist ja irgendwie. Jetzt haben wir nur noch eine einzige Drachenschuppe. Ich gucke mal, ob ich daraus noch was kriegen kann. Beziehungsweise, ob wir dann auch was ohne. Ähm. Ohne Schuppen. Komplett ohne Schuppen geht wahrscheinlich nicht, ne? Nur mit Knochen. Ne, geht schon nicht mehr. Guck mal, wir brauchen auch immer mindestens zwei Drachenschuppen. Okay. Gut. Wunderbar. Dann haben wir das quasi abgeschlossen. Dann würde ich jetzt gerade mal schnell. Mehr oder weniger schnell. Zu, äh. Zu meinem Nachhause-Tigern. Und die Sachen dort ablegen, die ich nicht mehr brauche. Und dann würde ich mit den beiden Rüstungen, beziehungsweise mit den vier Rüstungen, würde ich dann nach. Ach, na cool, dass das genauso geklappt, gepasst hat, ne? Interessant. Mit den vier Rüstungen würde ich dann nach Einsamkeit tingeln und die dort verzaubern. Ähm. Genau, warte mal, ich hab hier, ne, warte mal, äh, das muss ich auch oben hin tun. Ich hab natürlich jetzt jede Menge Zeug, was noch da in der Truhe liegt, was noch Einsamkeit muss, aber das mach ich jetzt alles nicht. Das mach ich nicht alles jetzt, ne? So, wir machen, wir legen wieder alles ab. Also, aber tschüss, wir brauchen ja eigentlich nichts mehr zum Schmieden. Wir müssen das auch gar nicht mehr sammeln, eigentlich. So, die Drachen, guck, hier, Traglas, 153. Zack, 445. So, die Drachen schuppen auch nicht mehr. Die Eisenbarren brauche ich auch nicht mehr. Ähm, Goldbarren brauche ich dann theoretisch auch nicht mehr. Das Golderz auch nicht mehr. Die Granatsteine brauche ich nicht mehr. Den Juwelen besetzten Kerzenhalter. Oh, den muss ich wahrscheinlich noch bei Wex abgeben. Äh, Leder brauche ich dann auch nicht mehr. Die Lederstreifen brauche ich auch nicht mehr. Granatstein brauche ich nicht mehr. Äh, Seelenstein, 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 Barenzia, Barenzia, zack. Okay, 360, ja wunderbar. Und dann gucke ich mal, was ich noch so geschmiedet habe, was ich nicht brauche. Ähm. Ja, hier sind die Ringe, ne? Müssten doch eigentlich irgendwo sein. Hier, Ring, der Ring der Erneuerung. Ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Ich glaube, den haben wir für irgendeine Diebesquest bekommen. So. Cool. Ich bin euer Schwert und euer Schwer. Ja, ich weiß, Lüdi. So, ach, ich freue mich. Das ist schön, dass wir das endlich erreicht haben. Und Stufe 56 auch erreicht. Ah, das ist wundervoll. Das ist wundervoll. Ich freue mich. Ich freue mich. Und ich würde dann schmieden. Und verzaubern würde ich dann auch tatsächlich so ein bisschen außen vor lassen. Ich meine, was wir machen können, ist das Trainieren, wenn wir das können. Ähm. Um halt einfach, äh, für die, für die, für den Stufenaufstieg zu leveln. Ähm. Und schmieden selbst und schmieden selbst und verzaubern selbst würde ich vielleicht erst dann, wenn ich wieder Kohle brauche. Und ich würde jetzt auch die ganzen Sachen erstmal nicht mehr sammeln. Also die ganzen Rohstoffe, die ganzen Diamanten, die ganzen Drachenknochen und Drachenschuppen brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Ich habe hier auch noch einiges. Ich habe hier auch noch einiges. So. Ähm. Genau. Dann. Lass uns mal. Diese Zange, ne? Die habe ich jetzt schon zum zweiten Mal genommen, glaube ich. Pass mal auf. Dann machen wir das so. Ähm. Ähm. Genau. Tun wir die mal da hinein, dann stört sie hier nicht mehr. So. Ich gucke mal. Habe ich noch, habe ich noch mächtige Seelen hier drin? Hier habe ich noch mächtige Seelen. Elf Stück. Die nehme ich mal alle raus. Armselig, armselig. Und hier unten sind nur noch andere Dinge, die noch zu verzaubern wären. Was ist das Zeug, was ich für Zeug habe? So. So. Ich muss nur nochmal speichern. Dann. Ähm. Ich muss erstmal gucken, was ich brauche. Ich muss erstmal schauen, wie ich das gemacht hatte. Das würde ich nämlich genau so wieder machen. Ähm. Gut, das Amulett bleibt. Und der Ring bleibt. Der magische Ring. Genau. Ich weiß auch nicht. Braucht die wahrscheinlich jetzt nicht neu zu machen. Die paar Prozent, die spare ich mir. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel... Ich muss auch gucken, ob ich so viel mächtige Seelensteine habe. Das ist jetzt nämlich die nächste Frage. Ähm. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Also, wir haben... Helm. Magiker und Magikaregeneration. Helm. Dann haben wir die Rüstung. Da haben wir Magikaregeneration und Gesundheit. Dann haben wir... Die Armschienen. Bögen und Tragfähigkeit. Dann haben wir die Stiefel. Das ist Schleichen und Tragfähigkeit. Und wir dürfen natürlich nicht vergessen den... Äh... Den... Den... Schild. Wo ist der denn? Schlag- und Zauberabwehr. Genau. Schild. Blocken und Magieresistenz. Wunderbar. Gut. Dann... Geht's jetzt ans Verzaubern. Schön, 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 schön. So, wir fangen an mit den Drachen-Schuppensachen natürlich. Die Drachenplatten, das gucke ich mir mal an, ob ich da noch genug zum Verzaubern habe. Ansonsten habe ich die nur zum Angucken gemacht. Drachen-Schuppen-Brustpanzer. Das ist quasi die Rüstung, ne? Da haben wir Magikaregeneration und Gesundheit. Okay. Magikaregeneration. Äh... Magikaregeneration. Ich weiß gar nicht, ich will nichts falsch machen. Magikaregeneration und Gesundheit. Genau. Und die müssen wir natürlich auch noch... Also erstmal auch noch einen Seelenstein. Äh... Schwarzer Stern hat 6... Mächtige Seele, mächtige Seele. Dann nehme ich erstmal... Den schwarzen Stern. Und dann machen wir natürlich noch hier. Und ich habe mir auch schon überlegt, wie ich das mache. Ich nenne das jetzt einfach... Mijukas... Rüstung. Wohl Rüstung, äh... Brustpanzer vielleicht, ne? Brustpanzer. Mijukas Brustpanzer. Kein großes Gedöns. Einfach nur... Was es ist. Geil. So, dann... Drachen-Schuppen-Helm. Helm haben wir gesagt. Magiker und Magikaregeneration. Magiker und Magikaregeneration. Dann nehmen wir jetzt mal den schwarzen Seelenstein hier. Gegenstand umbenennen. Mijukas Helm. Jawohl. So, dann haben wir noch... Die Handschuhe. Da hatten wir Bögen und Tragfähigkeit. Bögen ist, glaube ich, Schießkunst. Schieß... Nee, äh... Also Tragfähigkeit auf jeden Fall. Und halt auch hier Schießkunst. Tragfähigkeit und... Schießkunst. Genau. Ähm... Mit einem mächtigen Seelenstein. Mijukas Handschuhe. Ähm... Umbenennen. Mijukas Handschuhe. Zu guter... Nee, stimmt gar nicht. Zu guter Letzt noch nicht. Ähm... Wir haben nämlich noch das Schild. Den Schild. Da hatten wir Blocken. Und Magie-Resistenz. Und zwar die mit der größeren natürlich. 40%, 40%, 40%, 40%. 20%, 25%. Ähm... Mächtige Seele. Mijukas Schild. Ja. Und jetzt aber zu guter Letzt. Die Stiefel. Die hatten wir verzaubert mit... Schleichen und Tragfähigkeit. Schleichen... Und Tragfähigkeit. Jawohl. Und nochmal ein mächtiger Seelenstein. Mijukas Stiefel. Und damit haben wir eine komplette Rüstung. Jeees. Gstl. Geil. Und... Ähm... Dann machen wir doch mal... Dann machen wir das doch mal. Wir haben jetzt gerade einen Rüstungswert von 235. Ja? Wir haben jetzt gerade einen Rüstungswert von 235. Dann lassen wir es jetzt mal anziehen. Den Helm. Plus 1. Die Handschuhe. Plus 2. Den Brustpanzer. Plus 5. Und die Stiefel. Plus 2. Das heißt, wir haben jetzt 25 immerhin noch 10 dazu gekriegt. Gut. Hätte ich gedacht. Wäre ein bisschen mehr. Tatsächlich. Bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich mache aus und spiele das Spiel nie wieder. Nein. Schmarrn. Freut mich. Ähm. Freut mich ungemein. Ähm. Bevor ich jetzt hier Dinge verwechsel. Ich mache mal folgendes. Ich mache mal folgendes. Ich nehme mal hier die Puppe. Ich mache mal... Ich nehme mir mal hier alles. Und hier nehme ich mir mal auch alles. Und jetzt gehe ich mal ganz kurz hoch an meine eine Truhe. Und tue da mal alles rein, was ich nicht mehr brauche. Boah, es hat viel Inventur auch und so, ne? Äh, wahrscheinlich wird die Folge auch ein bisschen länger. Aber es ist, es ist, es ist wert. So, ähm. Der Heilige Mutter Ehrer, den brauche ich. Den doppelt magischen Glashem. Den kann ich jetzt hier reinlegen. Die Platten, Drachenplatten, Sachen, die brauche ich natürlich noch. Drachenschuppen. La la la. Heilskette der einzigartigen flinken Finger. Tue ich hier rein. Hemm der alten Götter tue ich hier rein. Magische und gesunde Glasrüstung tue ich hier rein. Medjugas Schild natürlich nicht. Namiras Ring aber. Panzerhandschuhe der alten Götter. Jau. Ring der Erneuerung. Tue ich auch mal hier reinkommen. Rüstung der alten Götter, Schattenhandschuhe, Schattenkapuze, Schattenrüstung, Schattenstiefel, Stiefel der alten Götter, die tragenden und schießenden Stulpen und die tragenden und schleichenden Stiefel. Und den Schlag- und Zauberabwehr tue ich auch hier rein. Genau. So. Das hier würde ich gerne favorisieren. Super. So. Dann folgendes. Ich gucke jetzt mal einmal, weil ich nämlich echt Schiss habe, dass ich irgendwas verkacke. Gucke ich mir einmal nochmal an, ob ich alles richtig gemacht habe. Also beim Brustpanzer haben wir Magiker, Regeneration und Gesundheit. Bei den Handschuhen haben wir Tragfähigkeit und Bögen. Beim Helm haben wir Magiker und Magiker Regeneration. Beim Schild haben wir Blocken und Magieresistenz. Bei den Stiefeln haben wir Schleichen und Tragfähigkeit. Ja, alles perfekt. Wunderbar. Super. Cool. Dann machen wir das gleiche nochmal. Also erstmal wieder die Drachen-Schuppensachen. Den Brustpanzer verzaubern wir mit Magiker Regeneration. Magiker Regeneration und Gesundheit. Das ist jetzt ein bisschen repetitiv. Das weiß ich, aber es ist wichtig. Es ist wirklich wichtig. Und das benenne ich auch wieder um. Ich hätte gerne eine 1 zu 1 Kopie sozusagen. Alles genau wie das andere. Mijukas Brustpanzer legendär. Erstellen, jawohl. So, dann... Dann... Drachen-Schuppen-Helm. Genau. Jetzt habe ich gerade gehungen. Magiker verstärken und Magiker Regeneration. Das weiß ich hier zwischen auswendig. Ich gucke trotzdem nochmal. Jupp. Mächtiger Seelenstein. Genau. Umbenennen. Mijukas Helm. Jawohl. Dann die Handschuhe verzaubern wir mit Bögen und Tragfähigkeit. Also Schießkunst und Tragfähigkeit. Mächtiger Seelenstein. Mächtiger Seelenstein. Mijukas Handschuhe. Dann haben wir den Schild natürlich. Der Schild war Blocken und Magieresistenz. Und zu guter Letzt, last not least, die Schuppenstiefel verzaubern wir mit Tragfähigkeit und Schleichen. Tragfähigkeit und Schleichen. Schleichen und Tragfähigkeit. Jetzt haben wir nur noch vier Seelensteine. Das heißt, wir können die Rüstung nicht komplett verzaubern. Die Set wollte ich eigentlich gerne machen. Dann muss ich mir vielleicht nochmal irgendwo einen magischen, äh, einen magischen, einen mächtigen Seelenstein beschaffen. Mijukas Stiefel. Ja. So. Dann haben wir das zweite Set. Und das zweite Set würde ich gerne, ähm, hierhin tun. Nice. Ach, guck mal. Wie sehen wir eigentlich aus? Ja, so sehen wir aus. Das sieht schon cool aus, oder? Ja, wobei. So cool ist es auch nicht. Ähm. Genau. So, dann machen wir mal die, die zweite Rüstung fertig, soweit wie es geht. Also die schwere Rüstung. Den Helm. Da gucke ich mal, das muss ich mir überlegen. Äh, Magiker würde ich eigentlich nicht gerne machen bei der schweren Rüstung, weil das sollte, soll ja für so einen Krieger sein. Das heißt, ich würde da eher sowas machen wie... Ähm. Da gibt es gar nicht so viel, ne? Wiederherstellung. Das ist alles Zauber, Zauber, Schlossknacken. Schlossknacken könnte man machen. Schießkunst. Magiker verstärken, Magiker renegradation. Ne, ich möchte gerne nichts... Hätte hier mies auch bescheuert. Ne, dann machen wir, dann machen wir, ähm... Machen wir komplett anders. Schießkunst und Schlossknacken. Auf den Helm. Und den nennen wir natürlich auch noch um. Den nennen wir dann übrigens... Mijukas schwerer Helm. Ja. Ja. So, dann die, ähm... Handschuhe. Die verzaubern wir mit. Jetzt muss ich mal überlegen, was ist denn für schwere... Ja, guck mal. Schwere Rüstung vielleicht einfach. Waffenlos. Tragfähigkeit. Tragfähigkeit ist auch immer gut. Taschendiebstahl, schwere Rüstung, Schmiedekunst, Schleichen, Schießkunst, Magiker, leichte Rüstung, Blocken. Ja, Blocken finde ich gut. Blocken finde ich gut. Und vielleicht... Schwere Rüstung. Oder Tragfähigkeit. Komm. Nijukas. Schwere. Hoffentlich passt das hin. Handschuhe. Jawohl, das passt hin. Okay, das ist nicht so spannend, die Folge, aber ich freue mich gerade total, dass das jetzt eigentlich so weit ist. Ich freue mich wirklich total. So, verzaubern. Ähm... Die Rüstung an sich. Die Rüstung an sich. Gesundheit. Und Ausdauer. Ja. Mijukas. Schwere. Oh. Rüstung geht ja kein I. Kein Ü mehr, leider. So, und einen Seelenstein haben wir noch. Dann nehme ich jetzt mal die Stiefel. Schilden müssen wir dann irgendwie gucken. Ähm... Stiefel machen wir auf jeden Fall auch, wenn das geht, Tragfähigkeit. Tragfähigkeit und... Schleichen. Ich hätte gern sowas wie einhändig oder zweihändig, aber das habe ich gar nicht, gell? Das kenne ich gar nicht. Naja, egal. Das ist nicht so wichtig. Ausdauer. Feuerresistenz. Ausdauerresistenz. Blitzresistenz. Ausdauer. Regeneration verstärken. Das ist auch gut. Ja, das ist gut. Okay. Mijukas schwere Stiefel. Wunderbar. Jep. Verzaubern. Gut. Dann haben wir die schwere Rüstung. Bis auf den Schild. Ich packe das jetzt schon mal alles hier drauf. Ähm... Mijukas schwere Rüstung. Das, das, das und das. Sieht auch ganz nice aus. So, die zweite schwere Rüstung, die werde ich nicht verzaubern jetzt. Die packe ich hier rein. Äh... Rüstung. Einen Schild brauche ich noch. Genau. Super. Okay. Wie viel Uhr haben wir denn? Es ist kurz vor... Kurz vor acht. Dann lege ich mich einfach noch mal ein Stündchen schlafen oder zwei. Zwei. Und dann gehe ich mal zum... Ja, wer könnte denn Seelensteine haben? Wer könnte denn Seelensteine haben? Mächtige Seelensteine. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch irgendwie die... Die selbst besorgen. Ich gucke mal, ob die Zaubererin da ist. Wer seid ihr? Brilling. Gut, dass sie antwortet, wenn ich sie frage. Hat sie mich gehört. So, lass mal ganz kurz gucken. Äh... Nicht, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Aber Magiker, Gesundheit und so weiter. Das sieht alles noch gut aus. Ja, das sieht alles gut aus. Wunderbar. Nicht, dass ich jetzt irgendwie... Die Rüstung verkackt habe. Aber ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ich werde auch sicherheitshalber gleich nochmal einen... Speicherpunkt erstellen. Neun. Wo ist denn die Frau? Wie heißt die denn nochmal? Die Zaubererin hier. Zaubererin. Magikerin. Magikerin. Ich gucke jetzt mal die Räume durch. Kann ja nicht sein. Ne, hier geht es nur runter. Hier. Hier. Sybille. Entschuldigung, wenn ich euch wecken muss, aber... Ist so wichtig. Oh, was hat die denn alles, Alter? Ähm, mächtiger Seelenstein mit mächtiger Seele. Tschüssi. Dankeschön. Pass auf euch auf und denkt daran. In der Welt wimmelt es von Leuten, die euer Blut vergießen wollen. Ich habe immer Zeit. Cool. Dann können wir es abschließen. Dann können wir es gleich abschließen. Dann können wir die Perks neu verteilen. Och, ich freue mich so. Ich freue mich so. Und die Folge wird doch gar nicht so lang, wie ich dachte. Obwohl, mal gucken, wie schnell ich mich mit den Perks entscheiden kann. Das müssen wir doch nochmal schauen. Ach, cool. So. Dann. Das letzte. Den letzten Gegenstand. Den, ähm, Schild, da würde ich natürlich auch wieder blocken, blocken drauf machen. Und, ähm. Ja, Magieresistenz passt auch nicht so richtig gut. Dann machen wir hier auch Gesundheit verstärken nochmal drauf. Dann haben wir da eine richtig gute, eine richtig gute, schwere Rüstung. Schweres Schild oder schwerer Schild? Das ist immer so die Frage, ne? Ja, so, wunderbar. Dann kriegst du hier noch dein Schild. Cool. So, jetzt speichern wir. Und jetzt mache ich was, was ich auch in diesem Spiel noch nie gemacht habe. Ich werde dafür mich auf meinen Balkon begeben, denke ich. Ähm. Und werde mich hinsetzen. Um da in Ruhe drüber nachzudenken. Für Kohle habe ich eigentlich 32.000, alles gut. Ach, das ist gut. Ich muss hier auch nichts mehr trainieren. Werde ich natürlich tun, aber muss nicht mehr. Ähm, sondern kann dann die Sachen trainieren, die ich mir auch leisten kann. Erst, erst mal. Und so nach und nach wird das Geld ja auch wieder reinkommen. So. Also. Speichern. Ich speichere mal. Hier. Ich speichere nochmal hier. Und jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Jetzt machen wir Schmiedekunst, nämlich legendär. Lässt du eine Fertigkeit legendär werden, wird sie auf 15 zurückgesetzt. Du erhältst darauf verwendete Talentpunkte zurück. Möchtest du das wirklich? Ja. Möchtest du diese Fertigkeit wirklich legendär werden lassen? Ja. Talente zu verbessern? Sechs. Verzauberung? Talente zu verbessern? 14. Ja, geil. Okay, cool. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Ich weiß gar nicht, wo ich es hin tun soll, ne? Ähm. Lass uns mal überlegen. Wie schaut's denn mit der Wiederherstellung aus? Da war doch so ein geiler Zauber mit der doppelten Wiederherstellung. Ah, da haben wir auch noch nicht genug. Da brauchen wir noch. Da brauchen wir noch ein bisschen was für. Okay. Ähm. Zerstörung wäre natürlich was. Ich glaube, was am vielversprechendsten war. Schleichen haben wir auch 100, ne? Können wir eigentlich auch... Also legendär mache ich das nicht, weil die Perks sind geil, aber... Ich gucke mir das erstmal an. Ähm. Wir haben ja hier... Okay. Ich könnte natürlich hier die Heimlichkeit noch ein bisschen... Aber ich bin schon so gut versteckt. Leichtfüßigkeit. Lautloses Abrollen. Wenn du beim Schleichen Sprinten drückst, machst du eine... Äh, Sprintes machst du eine Vorwärtsrolle. Das finde ich auch gut. Gehen oder Rennen haben keine Auswirkungen darauf, wie schnell du entdeckt wirst. Schattenkrieger. Ducken unterbricht den Kampf für einen Augenblick. Zwingt entfernte Gegner nach einem Ziel zu suchen. Das würde ich eigentlich gerne machen, aber da brauche ich eins... Zwei... Drei... Vier Perks führen. Ich habe zehn. Okay, lass erst mal andere Sachen gucken. So, leichte Rüstung ist natürlich auch was, wo ich investieren kann. Finde ich aber jetzt gar nicht so geil. Schießkunst würde ich gerne noch ein bisschen was machen. Und ich könnte natürlich die zwei Perks hier noch machen mit überspannen. Dann habe ich mehr Schaden. Beziehungsweise, ich glaube, das ist der letzte, ne? Ja, komm, dann lass uns den mal machen. Da kann ich jetzt nichts mehr machen, ne? Ne, da kann ich nichts mehr machen, okay. Genau, mächtiger Schuss. Das haben wir hier noch, Schnellschuss. Und Meisterschuss ist... Stehe da eine Chance. Okay, da brauche ich aber auf 100 auch für. Eine Chance von 15% ist das Ziel. Eine Sekunde lähmst. Das finde ich natürlich auch ganz geil. Doppelt so viele Pfeile ist mir wurscht. Und Waldläufer, du kannst mit schussbereitem Bogen schneller laufen. Weiß ich nicht. Todesschuss. 15% Chance für einen kritischen Treffer. Da könnte man eigentlich auch zwei Sachen noch machen, ne? So oft, wie wir Bögen benutzen. B-b-b-bögen. Obwohl, wir haben jetzt schon ein bisschen Bögen gemacht. Ja, komm, wir haben eine Sache bei Bogen gemacht. Dann lass uns jetzt auch eine Sache bei Schleichen machen. Ganz einfach. So machen wir das jetzt. Ich würde, glaube ich, gerne auch ein bisschen was Magisches machen. Was ich ja häufig benutze inzwischen ist Beschwörung. Da haben wir aber diese ganzen... Okay. Hälfte der Magiker haben wir schon. Aber die Lehrlinge und so haben wir noch nicht. Hälfte der Magiker. Und das würde ich eigentlich auch ganz gerne machen. Bindung zu Oblivion. Beschworene Waffen. Verbanden beschworene Wesen und vertreiben erweckte Kreaturen. Okay, Zerstörung könnte ich natürlich gucken, ob ich inzwischen... Aber ich glaube, den... Was ist denn hier noch? Runenmeister. Ach, du kannst runen. Fünf Runen benutze ich nie. Deswegen ist das wurscht. Zerstörungsthyberhälfte der Magiker habe ich. Experte habe ich auch. Und einen Meister kann ich wahrscheinlich noch nicht machen, weil ich dafür 100 brauche. Genau. Und diese Sachen hier wollte ich nicht machen. Blitzschaden löst das Ziel auf. Wenn es... Wenn Gesundheit sehr niedrig ist. Frostschaden lähmt das Ziel, wenn die Gesundheit sehr niedrig ist. Und Flammenmeer... Das Ziel flieht. Ich weiß nicht, wenn die Gesundheit sehr niedrig ist, dann habe ich irgendwie kein... Ja, weiß nicht. So, Wiederherstellung könnte man natürlich hier machen. Lehrling. Für die Hälfte der Magiker. Regeneration. Heilzauber heilen 50% mehr. Ich glaube, das mache ich mal. Gut. Dann haben wir Veränderung. Was ist denn Veränderung nochmal? Ja gut, da kann ich natürlich... Aber die habe ich jetzt... Nutze ich die so viel? Nutze ich die so viel? Zauberung. Spielekunst mache ich mal nichts. Schwere Rüstung mache ich auch nichts. Blocken mache ich... Gibt es auch schon gute Perks, aber... Benutze ich jetzt auch nicht so häufig. Zweihändig auch nicht. Einhändig auch nicht. Dann sind wir schon wieder bei Schießkunst. Okay. Dann lass uns mal bei... Lass uns mal bei... Bei Beschwörung mache ich nochmal hier... Die Stufe. Lehrlingszauber für die Hälfte der Magiker. Zack. So, dann weißt du, was ich jetzt mache? Bevor ich jetzt hier noch lange rum... Überlege. Ich mache jetzt bei Schleichen einfach diese drei Perks, die ich noch brauche. Dann habe ich immer noch genug. Lautloses Abrollen. Stille. Und Schattenkrieger. Dann haben wir noch sechs. Ich glaube, dann mache ich auch die zwei bei... Bei Schießkunst noch. Wo habe ich Schießkunst eben gesehen? Habe ich Schießkunst nicht eben... Da. Andere Richtung. Dann mache ich diese zwei hier auch noch. Dann haben wir immer noch vier und die können wir dann auf die Zaubersachen verteilen. Das finde ich ganz okay. Ach, kann ich noch gar nicht. Kann ich eh noch gar nicht. Gut. Dann haben wir noch fünf für die Magiesachen. Wo waren die Magiesachen? Ich glaube, hier so... Ne, das war jetzt die falsche Richtung. Egal. Okay, Veränderung. Wiederherstellung. Zerstörung. Kann ich eh nichts mehr machen. Beschwörung und Illusion. Illusion mache ich doch relativ häufig inzwischen. Kann ich hier nicht machen irgendwie die Lehrlingszauber für die Hälfte der Magiker? Das ist doch diese... Und was haben wir da noch? Besänftigungszauber wirken jetzt auch bei höherstufigen Gegnern. Die addieren sich mit Verwandter, Magiker und Animagus. Jawohl. Furchtzauber. Okay, Furchtzauber mache ich nie. Zorn. Erzöhnungstauber mache ich auch nie. Meister des Geistes. Illusionstauber wirken auf Untote. Okay. Jetzt haben wir noch drei Talente zu verbessern. Beschwörung. Was haben wir denn hier noch? Doppelter Beschwörungstauber ist klar. Du kannst Atronarchen oder Untote in doppelt so großer Entfernung beschwören. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Doppelte Lebensdauer für die Beschworene Atronarchen. Ich glaube, ich würde bei Wiederherstellung nochmal gucken, dass ich hier die Lehrlingszauber für die Hälfte der Magiker mache. Was haben wir denn hier noch? Heilzauberstellen auch Ausdauer wiederher. Finde ich jetzt nicht so super. Was ist das hier hinten? Schutzzauber laden deine Magiker auf, wenn sie von Zaubern getroffen werden. Gut, ich habe genutzt so selten Schutzzauber. Außerdem, wie viel brauche ich dafür? 60. Ja, okay. Okay, Veränderung haben wir noch gar nichts. Ich gucke mal ganz kurz, was sind denn Veränderungszauber? Eichenhaut, Gleichgewicht, Kerzenschein, Leben entdecken, Magierlichtsteinhaut, Umstand. Ganz ehrlich, die benutze ich nicht im Kampf. Steinhaut und so, das mache ich nicht. Das Einzige, was ich hiervon regelmäßig benutze, ist umwandeln. Und da ist es mir ehrlich gesagt scheißegal, wie lange es dauert, bis der Zauber wieder aufgeladen ist. Vor allem wäre das Stufe Adept, da müsste ich jetzt erstmal ganz ordentlich investieren. Nö, nö, das machen wir nicht. Dann lass uns lieber bei... Ich würde am liebsten bei Illusion nochmal gucken, ob ich da nochmal ein bisschen Magika sparen kann, weil ich das halt sehr häufig benutze. Hier Lehrling. Hier Adept. Jawohl. Und dann vielleicht nochmal bei Beschwörung dasselbe. Äh, wo war die Beschwörung? Da. Ja. Und jetzt würde ich sagen, auf in den Kampf. Naja, jetzt warten wir erstmal. Jetzt haben wir die wichtigste Folge seit langem verbracht. Jetzt trommelt auch jemand im Hintergrund, natürlich. Äh, zu meinen Ehren ist das. Immer wenn jemand sich eine perfekte Rüstung spielt und dann ganz viele Perks verteilt, wird hier getrommelt. Nee, also, wie gesagt, ein bisschen Spezialfolge dieses Mal. Aber ich glaube, das hat sich gelohnt. Da habe ich sehr lange drauf gewartet und jetzt bin ich echt gespannt auf den nächsten Kampf. Wie sich das ausfickt. Das wird sicherlich super. Auch das mit dem Schleichen gerade. Das wird toll. Naja. Egal. Ähm. Wir müssen erstmal bei der Diebesgilde weiterkommen. Das würde ich wahrscheinlich in der nächsten Folge dann angehen. Und, äh, irgendwann werden wir dann aber die Hauptquests weitermachen. Und da wird sicherlich viel gekämpft werden, denke ich. Dann müssen wir in die Zwergenruine. Alftand, glaube ich. Und das wird eine Weile dauern. Und ich glaube, da wird uns das alles sehr viel nützen, was wir jetzt gerade gemacht haben. Hoffe ich. Schauen wir mal. Also jetzt erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Warte mal. Natürlich mit dem Blick auf die tolle neue Rüstung müssen wir hier... Uh, so. Wie sitzt sie denn da? Ganz zusammengekauert. Naja, egal. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Tschüss.